Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit der Netflix-Serie 3 Body Problem. Diese Serie unternimmt den Versuch, die monumentale Trisolaris-Trilogie von Shishin Liu zu verfilmen. Und dabei beschränkt man sich vor allem jetzt erst einmal auf das erste 600 Seiten lange Buch, Die Drei Sonnen. Shishin Liu ist etwas Außergewöhnliches mit diesem Roman geglückt. Er hat nämlich versucht, hier nicht nur verschiedene Zeit- und Raumebenen zusammenzubringen, sondern vor uns auch wissenschaftliche Theorie wie philosophische und theologische Fragen zu entfalten, ohne dabei eine typische Plotstruktur, wie wir es sonst aus Science-Fiction-Romanen kennen, an den Tag zu legen. Er hat tatsächlich versucht, hier eine neue Art des Schreibens und des Erzählens zu finden, um auch etwas Neuartiges zu berichten, von etwas Neuartigem zu berichten. Er wählt dabei eine sehr horizontale Struktur. Das heißt, dieser Roman lässt sich nicht nur sehr viel Zeit mit Erklärungen. Er ist auch so aufgebaut, dass wir in verschiedenen Welten und Zeiten hin und her wechseln, aber in aller Länge etwas ausgebreitet bekommen, dass wir tatsächlich ein Verständnis von wissenschaftlichen Überlegungen erhalten. Nun hat eine Serie, selbst wenn sie wie diese acht Stunden lang ist, nicht ganz so viel Zeit wie ein 600-Seiten-Roman. Aber doch muss man ja versuchen, das, was Shishin Liu literarisch tut, dann auch filmisch umzusetzen. Und das ist nicht immer so geglückt. Zunächst einmal scheint man ganz eng bei der literarischen Vorlage zu sein, wenn wir mit der Kulturrevolution in China beginnen und gezeigt wird, wie dort Forscher, Physiker zu Tode gefoltert werden, wenn sie an sogenannten westlichen Theorien festhalten wollen. Dann springen wir aber nach London. Wir erhalten eine Einführung in fünf ehemalige Oxford-Absolventen, die allesamt sich noch mit dem beschäftigen, was außerhalb der Erde sein könnte. Manche in der Forschung, andere haben selbst ein Unternehmen gegründet. Und diese fünf Oxford-Absolventen werden es dann auch sein, die wir durch diese erste Staffel hinweg verfolgen. Und ihre Nöte, Ängste, Sorgen und Bedenken werden wir nachvollziehen. Dadurch weicht diese Serie doch schon relativ stark ab von dem, was Shishin Liu vorschlägt. Aber man kann natürlich auch einer Serie zugutehalten, dass sie etwas Eigenes, Originelles aufbauen kann. Aber dazu kommen wir gleich, inwieweit das gelingt oder nicht. Weiter sehen wir einen Mann vom britischen Geheimdienst. Wir erleben, dass irgendetwas in dieser Welt nicht mehr zu stimmen scheint. Wir sind in der Gegenwart, aber plötzlich lassen sich in den tollen Forschungszentren keine brauchbaren Informationen mehr gewinnen. Auch im CERN spielt alles verrückt. Eines Nachts blinken sogar alle Sterne, als hätte der Himmel einen Wackelkontakt. Was ist da los? Nun, die Aliens scheinen diese Welt zu kontaktieren, scheinen sie zu manipulieren. Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen? Wir springen zurück in die Vergangenheit. Da ist eine Botschaft aus einer anderen Galaxie eingetroffen auf Erden. Die Aliens antwortet nicht. Denn diese Botschaft verfasst hat ein pazifistischer Aktivist, der die Erde davor warnt, dass wenn eine Antwort zurückkommt, dann wissen die Aliens, dass es dort Leben gibt und sie werden es vernichten. Sie werden euch vernichten wie Ungeziefer. Aber diese Nachricht, die erhält, eine chinesische Physikerin namens Ye Wenzhe, deren Vater bei der Kulturrevolution auf offener Bühne dafür hingerichtet wurde, dass er nicht von Einstein und Theorien von anderen westlichen Wissenschaftlern abschwören wollte. Und sie will nun Rache an der Menschheit. Ja, sie glaubt überhaupt nicht daran, dass die Menschheit es noch verdient hat, weiterzuleben. Sie hofft auf eine höhere Spezies, die da kommen möge. Später wird sie Michael Evans kennenlernen, einen schwerreichen Erben- und Umweltaktivisten, der sich zum einen Sorgen machte über das Verschwinden der Arten, zum anderen aber ein Menschenfeind geworden ist, der auch den Mensch als das ausgemacht hat, was eigentlich vernichtet gehört. Wir haben es also mit einem Wissenschaftsthriller zu tun, mit vielen dramatischen Elementen, die man ganz im Sinne einer amerikanischen Serie dann immer wieder mit ein paar ironischen und coolen Sprüchen aufzulockern sucht. Wir müssen hier aber ganz klar konstatieren, dass die eigentliche Stimmung, die wir im Roman vorfinden, so in der Serie doch nur streckenweise anzutreffen ist. Wir haben es bei Shishin Liu's Roman mit einem Diskursroman zu tun, der bei verschiedenen Themen und Fragen, das Für und Wider abwägt ist, lange ausbreitet, während die Serie doch stark mit kurzen Repliken arbeitet, um dann schnell weiter zu huschen in der Erzählung auf zur nächsten Station. Was sind aber eigentlich die Anforderungen an eine solche Literaturverfilmung? Gewiss geht es darum, den Plot umzusetzen und das tut auch tatsächlich diese Serie. Aber dann gibt es ja noch die Sprache und es gibt eine gewisse Art, etwas zu erzählen. Und Shishin Liu, der versucht hier tatsächlich etwas Neues. Er muss sich also lösen von alten Erzählweisen und auch von vorgefertigten Bildsprachen. Diese kehren aber jetzt wieder, wenn wir uns die Serie ansehen. Da gibt es starke Emotionalisierungen mit Kinderfotos, Erinnerungen mit Sentimentalität. Und es gibt auch eine Erzählweise, die es uns doch wieder sehr einfach macht, dem Ganzen zu folgen dadurch, dass wir eigentlich fünf Figuren in den Mittelpunkt gerückt haben, denen wir folgen können. Man macht sie zwar nicht zu Superhelden, aber es ist zumindest eine Narration, die uns geläufig ist. Dadurch blicken wir aber auf das, was uns als neuartig präsentiert wird, eigentlich schon mit einer Brille, als hätten wir uns an all das schon gewöhnt. Und damit geht das Neuartige eigentlich verlustig. Shishin Liu's Idee ist ja, mit einer Paradoxie zu spielen. Nämlich damit, dass wir untereinander uns gegenseitig zwischenmenschliche Gemeinheiten zumuten und anderen in unserer nächsten Nähe oft nicht vertrauen und durchaus auch zu Recht ihnen nicht vertrauen. Wir aber ein gewisses allgemeines Weltvertrauen oder sogar Vertrauen in den Kosmos haben, dass das, was dort von außen kommen könnte, schon irgendwie gut ist. Aber was, wenn das, was von außen kommt, derart bösartig gestimmt ist wie die Aliens, die hier mit ihrer Ankunft drohen? Und was bedeutet das denn eigentlich für unser Weltverhältnis und für unser Verhältnis zu den Menschen? Was Liu hier tut, ist uns tatsächlich radikal mit dem Anderen zu konfrontieren. Und dabei versucht er, möglichst wissenschaftlich vorzugehen, versucht sich diesem Duktus nicht nur zu bemühen, sondern er beschreibt sehr ausführlich, wie die Diskussionen zwischen Wissenschaftlern, die sehr vereinzelt sind, stattfindet. Im Film, in der Serie wird dies aber nicht adäquat eingefangen. Und das erleben wir immer häufiger. Die Forschung ist inzwischen so weit, so komplex geworden, dass es ganz schwierig ist, überhaupt filmische Bilder dafür zu finden. Es ist relativ leicht, das Arbeiten in einem Krankenhaus oder auf einem Polizeirevier zu zeigen, auch wenn man da immer wieder filmische Zugeständnisse macht. So bleibt man doch ziemlich nah an dem Ganzen dran. Bei der Forschung aber, wo eine solche Abstraktion erreicht ist, wird es schwierig, dafür noch konkrete Bilder zu finden. Und so entscheidet man sich eigentlich für eine sehr konventionelle narrative Struktur in der Serie, während es in der literarischen Vorlage darum geht, dass wir ja ein Drei-Körper-Problem haben, also drei Körper, die sich gegenseitig anziehen, die irren umher. Und so gibt es auch in diesem Roman, wenn wir lesen, keinen Haltepunkt. Im Film aber werden wir durch die Oxford-Alumni mit einer festen Gruppe an der Hand durch die Handlung geführt. Wie zeigt man das Neue? Es ist gar nicht so leicht. Zum Beispiel fragte sich auch der Dramatiker Gerd Hauptmann, wie bringt man den Kapitalismus und die entstandene Arbeiterschaft auf die Bühne? Man braucht viele Menschen, man braucht die Masse auf der Bühne. Und er ließ sie in ihrer Sprache sprechen, im Dialekt und im Soziolekt. Denken wir an Kubrick, der uns nicht mehr Menschen in den Mittelpunkt rückt, sondern Objekte. Da ist einmal dieser Monolith, von dem wir bis heute nicht wissen, für was er eigentlich steht. Und dann ist da die künstliche Intelligenz hell. Und diese beiden, Hell und der Monolith, bilden eigentlich den Mittelpunkt. Also der Mensch ist nicht mehr Hauptakteur. Oder denken wir an Christopher Nolan's Tenet. Die Bilder, die dort vor und zurück laufen, die Menschen, die sich rückwärts bewegen, wenn also die Zukunft auf die Gegenwart zurast. Auch da wurden neue Bilder, neue Erzählweisen gefunden. Und bei Xixin Liu sind es die vielen Perspektiven, die eingenommen werden. Es sind aber auch die langen wissenschaftlichen Abhandlungen in dem Buch, kombiniert dann wieder mit fast romantischen Sprachbildern, aus denen sich eine Sehnsucht ausdrückt darüber, dass vielleicht doch alles Sinn haben möge. Wir sehen in der Serie relativ wenig davon. Ja, wir sehen sehr konventionelle Illustrationen von Modellen. Da sind ein paar Strahlen, geometrische Formen, wie man sich das so vorstellt. Und wenn die Aliens Verwirrung auf Erden stiften, dann wird ein bisschen mit Spiegelungen, Verdopplungen gearbeitet. Aber wir bleiben doch eigentlich in einem Rahmen, der uns gut bekannt ist, aus so vielen Netflix-Serien. Thematisch ist es ja hochinteressant, dass man hier das Weltenende herbeisehnt. Yevin Jee zumindest tut das. Sie will die Welt als Geschenk den anderen geben, weil es der Menschheit nicht gelang, etwas Vernünftiges zu machen. Die Menschheit aber will dagegen kämpfen. Man denkt an Atomwaffen. Im Roman heißt es an einer Stelle, als Astrophysikerin besaß Yevin Jee gegenüber dem Thema Atomwaffen eine besondere Sensibilität. Sie glaubte, dass nur den Sternen solche Energien zustehen sollten. Und sie war sich im Klaren darüber, dass im All noch furchtbarere Kräfte existierten, schwarze Löcher, Antimaterie und so weiter, verglichen mit denen ein Atomsprengkopf nicht mehr als eine schummrig leuchtende Bienenwachskerze war. Wenn die Menschheit einer dieser Kräfte habhaft würde, könnte sie die Erde in einem Wimpernschlag verdampfen. Gegenüber der Idiotie war die Vernunft machtlos. Und diese Frage von Idiotie und Vernunft, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen, die zieht sich durch die Serie, zieht sich durch den Roman hindurch. Wenn wir uns aber fragen, wie gehen wir also mit dieser neuen Zeit, mit diesen neuen Forschungserkenntnissen um, mit den Spekulationen, die sich davon ableiten lassen, stellt sich auch die Frage, wie müssen dann unsere Filme und Serien aussehen. Sicherlich ist Xixin Liu auch nicht durchweg eine kopernikanische Wende im Erzählen geglückt. Das wäre ein bisschen zu viel. Aber die Serie unternimmt kaum den Versuch, einmal über das klassische Erzählen hinauszugehen. Dabei stellt sich ja gerade bei den Serien, die die Menschen so sehr an den Mittelpunkt rücken, die Frage, wie man überhaupt etwas erzählen kann, das von Lichtjahren handelt, von unglaublichen Zeitdimensionen, wo doch die Figuren am Ende einen zeitlichen Horizont von etwa 80 Jahren haben. Und so gibt es immerhin einen sehr schönen ehrlichen Dialog, in dem einer mitteilt, dass ihn es überhaupt eigentlich nicht interessiere, was in 400 Jahren sei, ob dann die Aliens kommen. Und eine junge Frau sagt ihm, wie könne er so verantwortungslos sein und im nächsten Moment wird sie von einem Auto überfahren. Und die Kürze des Daseins zeigt sich so hier in einer sehr bitteren Pointe. Und tatsächlich sind unsere aktuellen Debatten sehr stark davon geprägt. Denken wir auch an die philosophische Strömung Longtermism, der überlegt, wie es in 10.000 Jahren um die Menschheit bestellt sein könnte und was sollte man heute unterlassen, um in Zukunft mehr Leute retten zu können. Aber auch aktuelle Diskussionen um eine europäische Friedensordnung haben mitunter das Ziel 2080 als friedliches Jahr im Visier. Ein Jahr, das viele nicht mehr erleben werden, die jetzt gerade sich Gedanken darüber machen. Oder auch in Klimadebatten stellt sich nicht nur die Frage, was ist in 20 Jahren, sondern mitunter fragen sich Journalisten und Forscher auch, wie wird angesichts des Klimawandels Hamburg in 600 Jahren aussehen. Und die Frage, die ja diese Figur auch in der Serie stellt, ist berechtigt. Was geht mich das eigentlich an? Und hier könnte die Serie viel stärker auch auf das Hier und Jetzt hin arbeiten. Natürlich wird durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, durch diese enormen Zeitperspektiven, die menschliche Existenz arg nivelliert. Aber gerade deshalb könnte man den Schluss ziehen, dass man angesichts dieser so großen Kräfte und Zeiten doch sich auf das Hier und Jetzt, auf das direkt Zwischenmenschliche konzentrieren sollte. Als es dann später in der Serie um eine Figur geht, die nicht mehr lange zu leben hat, da kommt dieses etwas stärker in den Mittelpunkt und wir erleben dann dort eine gewisse Intensität, die wir in nicht allen Folgen dieser Serie erleben können. Die Aliens jedenfalls nehmen eine Perspektive auf den Menschen ein, die uns ängstigen kann. Sie sehen Menschen eigentlich nur Ungeziefer. Die UN ist folglich auch alarmiert und auch deshalb, weil es bereits einen unsichtbaren Feind überall gibt. Die Sophonen sind überall bereits, sie sind überall eingedrungen. Jetzt kann der Mensch ständig überwacht werden, kann abgehorcht werden. Jedes Wort, das gesprochen wird, geht direkt an die Außerirdischen und sie können diese Informationen auswählen und auswerten. Nur eines können sie nicht, die Gedanken der Menschen lesen. Das unterscheidet sie dann im Übrigen auch von Gott, der ja bekanntlich alles weiß. Die Stimmung des Romans, um noch einmal darauf zurückzukommen, ist eine besondere. Man könnte sie als eine melancholische Atmosphäre beschreiben. Da ist die Kühnheit und Schönheit einer physikalischen Erkenntnis und zugleich die Nivellierung der eigenen Existenz, die einen Reif aber auch in gewisser Weise traurig macht. Wir sind, wenn wir diesen Roman lesen, konfrontiert mit vereinzelten Existenzen, mit Forschern, die ihre eigenen Kämpfe zu kämpfen haben, die aber auch das große Ganze im Blick haben. Und unsere Hilflosigkeit angesichts der unendlichen Weiten und Zeiten ist das, was wir in dem Buch von Shishin Liu wiederfinden. In der Serie aber, dadurch, dass wir hier fünf Freunde fürs Leben haben, kann sich dieser Eindruck, kann sich diese Stimmung kaum vermitteln. Auch nicht der Lebensübertrust, der Weltekel und dann diese leise Hoffnung auf etwas Höheres, das den Weg schon weisen wird. Diese Stimmung im Roman hat aber dafür gesorgt, dass diese Trilogie zum internationalen Megabestseller wurde, weil es eine wohl sehr allgemein verbreitete Stimmung ist. Möglicherweise funktioniert aber dieser Transfer nicht. Möglicherweise sind Serie oder Film nicht die richtigen Medien, um eine solche Geschichte zu erzählen. Auch wenn es erst einmal nahe liegt, zu sagen, ja, dass das verfilmt wird, ist doch völlig logisch. Aber möglicherweise gerade nicht. Stellen wir uns auch vor, dass es schwierig wäre, einen guten Roman aus Tenet zu machen. Oder wenn wir einen Film wie Arrival gesehen haben, können wir zwar im Nachhinein die Kurzgeschichte, die zu dem Film inspiriert hat, lesen, aber werden dann erkennen, dass da Arrival stärker gewesen ist. Und so lassen sich viele Beispiele finden, wo also ein Transfer nicht unbedingt glückt, beziehungsweise wo ein Transfer so sehr geglückt ist, dass man die Vorlage vergisst. Dies geschieht hier aber nicht. Die Serie kann sich weder als eigenständiges Werk behaupten, noch kann sie dem Roman etwas Entscheidendes hinzufügen. Das Lesen lässt nämlich eine Vertiefung, die Ausführung einer komplexen Idee zu, die ein Film nicht vermag. Die Sprache ist viel stärker Abstraktion. Schon dadurch, dass die Sprache bekanntermaßen aus Buchstaben besteht. Während eine Serie Bilder uns zeigt und damit viel näher an der Konkretion ist. Man kann zwar Bildern Abstraktionen verleihen, aber man muss diesen Versuch schon unternehmen. Und die Serie hier ist zu stark darauf aus, populär zu sein, so dass man sich erinnert fühlt an viele Serien und Filme, die man so in letzter Zeit von Netflix gesehen hat, zum Beispiel auch Don't Look Up oder andere Dystopie-Serien. Was aber ein großes Thema dieser Serie ist, was ebenfalls im Roman eine Rolle spielt, ist der Glaube. Der Glaube, so erfahren wir schon in der ersten Folge, ist möglicherweise etwas, mit dem man sich nochmal neu beschäftigen sollte. Und das meint nicht unbedingt die Rückkehr der Religion. Kann es aber bedeuten. Zu Beginn der Serie ist es so, dass wir zwei Szenen sehen. Einmal eine bei der chinesischen Kulturrevolution. Auf der Bühne steht Ye Wenzhis Vater. Er muss sich rechtfertigen dafür, dass er die Urknalltheorie gelehrt hat. Denn diese lasse doch Platz dafür, dass möglicherweise ein Gott existiert. Und der Wissenschaftler sagt, ja, ich kann es zumindest nicht ausschließen. Und dann bedeutet das für ihn ganz klar das Todesurteil. Dann sehen wir eine Szene in der Gegenwart an der Universität Oxford. Da ist Saul Duran, der feststellen muss, alle Theorien der letzten 60 Jahre sind falsch. Die Wissenschaft ist hin. Und eine Kollegin fragt ihn dann, glaubst du an Gott? Und er ist etwas verdutzt. Er sagt, nur weil sich die Theorien als falsch erwiesen haben, ist das ja noch kein Beweis für Gott. Und er fragt nochmal nach, geht es wirklich darum? Ist es das, worauf es letztlich hinausläuft auf diese Frage? Nun, tatsächlich ist es kein Beweis für die Existenz Gottes, wenn die Theorien falsch sind. Aber es ist ein Beweis für die eingeschränkte Sicht des Menschen. Und die Physik muss einen nicht weg von Gott führen, sondern kann einen vielleicht auch hinführen zu Gott, beziehungsweise kann zumindest das Rätselraten eher größer werden lassen als kleiner. Und das ist durchaus keine neue Überlegung. Der anglikanische Geistliche John Wilkins hat darüber schon im 17. Jahrhundert nachgedacht, in seinem Buch Die Welt auf dem Mond. Da überlegt er, ob es möglich sein könnte, dass jemand auf dem Mond lebt, andere Menschen oder gar eine andere Spezies. Und dass es vielleicht noch sehr viel mehr Planeten gibt, noch viele andere Welten, wo jemand leben könnte. Und er sagt, eine Vielzahl von Welten widerspricht keinem Prinzip der Vernunft oder des Glaubens. Das heißt, es schließe sich überhaupt nicht aus, an Gott zu glauben und an eine Vielheit der Welten. Weiter sagt er, wie wenig ist das, was wir wissen, angesichts jener vielen Dinge, die dieses großartige Universum enthält. Obwohl uns unser ganzer Globus aus Erde und Wasser von großer Ausdehnung zu sein scheint, ist er doch im Verhältnis zum gesamten Bauwerk der Natur nicht so groß wie ein kleines Sandkorn im Verhältnis zu ihm selbst. Und was können solche kleinen Geschöpfe wie wir erkennen, die an diesem Punkt die Erde gebunden sind? Und genau das ist es ja, wovor zum Beispiel auch ein Mao Angst hatte, der sich als der große Vorsitzende, als der Führer der für ihn freien Welt darstellen wollte. Und plötzlich wird er natürlich durch eine Erkenntnis, dass er nicht alleine ist in diesem Universum total nivelliert. Weiter sagt dann Wilkins, dass die Bewohner jener Welt nicht Menschen sind wie wir, sei durchaus möglich. Oder, sagt er, es kann sein, dass sie von einer recht unterschiedlichen Natur verglichen mit allen Dingen hier unten sind, so dass keine Vorstellungskraft sie beschreiben kann. Unser Verstand kann nur Dinge erfassen, die durch unsere Sinne eingegangen sind, beziehungsweise gemischte Wesen, die daraus zusammengesetzt werden. Aber das Spekulieren macht durchaus Spaß und er überlegt, wie man vielleicht mit einem Fluggerät hin und her fliegen könnte, gleich den Vögeln, man würde immer jemanden losschicken in diese andere Welt, um zu erforschen, wie dort gelebt wird. Und er sagt dann, und an dieser Stelle ist jemand mit einer starken Einbildungskraft besser in der Lage, den großen Nutzen und das Vergnügen zu beschreiben, die eine solche Reise bringen würde, sei es hinsichtlich der Fremdartigkeit des Wesens, der Sprache, der Künste, der Politik, der Religion dieser Einwohner oder der neuen Handelsbeziehungen, die man dorthin unterhalten könnte. Vorstellungskraft ist es also, was man braucht. Und deshalb sind wir bei der Science Fiction gut aufgehoben, wo also die Wissenschaft da ist, aber auch die Vorstellungskraft durch die Fiktion. Und eigentlich ist es auch das, was das Kino, was die Serie uns zeigen könnte, wenn auch dann nicht in diesem Fall, was also sich philosophisch, theologisch daraus ergibt, wenn man einmal wissenschaftliche Überlegungen immer weiterdenkt. Viel passiert das gerade in Serien und im Kino. Und wir können dabei auch eine gewisse Kritik an den Wissenschaften mitformulieren. Denn wenn wir hier vom Mond gesprochen haben, von einem anderen Kosmos, wo Menschen leben, dann fällt einem selbstredend das Abendlied von Matthias Claudius ein, in dem es heißt, seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön, so sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Also auch wenn die Wissenschaft glaubt, alles erkannt zu haben, dann gibt es vielleicht doch so viel mehr, was man nicht sieht, was nicht positivistisch zu erfassen ist. In der Verlorenheit aber, die Shixin Liu in Sprache gefasst hat und für die Serie nicht immer die entsprechenden Bilder findet, liegt die Internationalität des Stoffs. Denn das Unbehagen ist überall, das wir vielleicht nur schauen, aber nicht sehen. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank!